ARD Text im Auftrag von Funk Morgen! Oh Mann, Lukas! Und, was steht an heute? Wie spät ist es? Halb 8 Oh, guck mal, Alter Nein, sag mal jetzt Ja, wie ist denn das Wetter? Nicht so gut Ja, dann hier bleiben Das wird der großen Überraschung, die du gestern angekündigt hast Ja, das Wetter Und was machen wir stattdessen? Oh, also ich lass mal nach dem Frühstück Na gut Die Ratschung 1 2 2 3 4 Hallo, und was haben wir bis jetzt so gemacht? Also gerade gab es eine Kontrolle, wie wir aufgebaut und das Zimmer sind. Ja. Und? Wie gesagt, habt ihr abgeschnitten? Also insgesamt hatten wir acht. Ja. Von wie viel? Ich weiß nicht. Von zehn, glaube ich. Ja. Und waren die streng? Ja. Also es gab zwei Kontrolleure, die haben geguckt. Da gab es noch einen, der hat den ganzen Tag unter die Wetten und alles gesehen. Ja. Da gab es noch einen, der hat die Kontrolle nochmal kontrolliert. Ja. Ähm. Und die haben einen Flussen entdeckt. Aha. Und eine Süßigkeit. Aber niemand weiß, woher sie kam. Ja. Ich hatte keine Süßigkeiten mit. Ja. Ähm. Das Wetter hat uns leider bei der Tagesplanung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm. Aber wie das Wetter so ist, wenn man jetzt rausschaut, ähm, hätten wir eigentlich das doch machen können. Aber aufgehoben, ne aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Wir werden das dann in den nächsten Tagen irgendwann nachholen. Sehr gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020